Ich meine, sollen wir überhaupt noch was spielen oder sollen wir einfach nur labern? Echt? 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 Oh, das hätte ich nicht gedacht. Hast du was gehört, Max? Nein, eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich doch nichts gehört. Geht das noch lauter? Die schlafen schon. Mein Scheit, geht schon, noch lauter! Jetzt hast du sie aufgeweckt. Guten Morgen. Hä? Allgemeine Unsicherheit. Nein, es ist noch nicht das letzte Lied, keine Sorge. Wir nähern uns, aber noch ist es nicht das letzte. Das vorletzte. Ja. Das ist wichtig für den Kameramann. Der hat nicht so viel Gigabyte, deswegen mussten wir unsere Sendezeit einschränken. Ja, das ist ja auch. Das war der erste Song, den ich jemals aufgenommen habe. Sorry, Tarek. Ist einer ganz besonderen Person gewidmet, die heute nicht da sein kann, aber ist in Ordnung. Hey Lara, er hat dich echt nicht verdient. Hey Lara, trauere nicht um ihn. Stell dir mal vor, du triffst bald deinen Schatz, den du deiner Mama vorstellen kannst. Und das komplett ohne Angst. Dass jeder deiner Friends ihn schon ins Herz geschlossen hat und er dann nächtelang durchtanzt. Tanzen voll. Dass jeder deiner Friends ihn schon so lieb hat, dass man sich ein Leben ohne ihm nicht vorstellen kann. Hey Lara, trauere nicht um ihn. Das hätte er auch nicht verdient. Echt nicht, echt nicht, echt nicht verdient. So Joker, warum denn nicht? In seinem Ohr noch gebiegen, dem Blech in vertrottelten Vakuum. Ähnlich ein Kopf ist nur scheiße drin. In seinem Ohr noch gebiegen, dem Blech in vertrottelten Vakuum. Ähnlich ein Kopf ist nur scheiße drin. Ich darf nicht immer so hastig sein. Hey Lara, stelle nicht auf eine Stufe mit Heroin. Das hast du echt nicht verdient. Stell dir mal vor, diese schönen Momente. Du würdest es niemals beenden. Nicht wahr, er so ein Arschloch ist, oh nein. Ihr haltet euch mit Händen. Er hat dich echt nicht verdient. Trauer nicht mehr um ihn. Echt nicht, echt nicht, echt nicht verdient. Und warum Tarek, warum denn nicht? In seinem Ohr noch gebiegen, dem Blech in vertrottelten Vakuum. Ähnlich ein Kopf ist nur scheiße drin. Hey Lara, du trauerst nicht mehr um ihn. Es hätte er auch nicht verdient. Echt nicht, echt nicht, echt nicht verdient. Herr Souffleur, flüstern Sie mir die Setliste an. Ich glaube nur da. Wenn ich glaube, ich will wieder das